Was geht Leute, mein Name ist Danny, Willkommen back zu einem neuen Video, heute spielen wir... Shellshock Live! Hi Styli, mit... Styli... Was? Hä? Mit... Mit... Mit, äh... Demi du... Lovato. Oh, hi. Auf jeden Fall, heute wirst du 100% nicht verlieren, jetzt mal ehrlich. Ich glaub ehrlich gesagt nicht. Du wirst die Folge 100%... Ja, du wirst... Ja, das war so schlecht. Einer trifft, einer trifft. Lol. Das war vielleicht schlecht, aber ich hab echt keinen Respekt mehr vor dir. Was? Ja, du bist echt schlecht in Shellshock geworden, wirklich. Ja, nee, nee, ich werd jetzt... Okay, wenn ich jetzt gewinne, bin ich der Beste, okay? Nein, das ist ja größter Quatsch. Doch. Aber du wirst sowieso nicht gewinnen, von daher ist alles gut. Kannst du bitte aufhören, so in meine Nähe zu kommen, jetzt Arme ohne Scheiß, bist du irgendwie ste... Ja, bin ich. Bin ich, bin ich, okay? Okay, zum Glück, hast du irgendwie... Hast du ein Problem damit? Ja, ich hab ein Problem mit deinem Gesicht. Ich hab ein Problem mit deiner Mama. Nein, nicht mit der. Nein, die mag ich eigentlich. Okay, gut. Tut mir leid, ich will jetzt nicht irgendwas Falsches erzählen. Ja, ich hab mich aber auch gewohnt als Lockies. Oh, Frösche, okay. Ja, natürlich, Frösche. Oh, bitte nicht mich, bitte nicht mich, bitte nicht mich. Nice, nice, da müssen wir erschaffen, sehr gut. Ja, oh... Wir haben es beide gleichzeitig gesehen, what the fuck. Aber weißt du, wer auf die Presse bekommt, what the fuck? Wer bekommt auf die Presse? Du bekommst auf die Presse, what the fuck! Oh nein, 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 nein. Das wird weh tun. Oh, dahinten, hinterher ist sogar noch die Wand. Oh, komm schon, oh... Ich bin fast tot, scheiße. 132 Schaden, ouch, das hat extrem wehgetan und ich hoffe... Oh, sorry. Also, das hat wirklich sehr wehgetan. Ich gib's zu, das hat... Es hat sehr wehgetan. Sehr wehgetan, aber... Nein, okay, die sind nicht gut gelandet. Ich gib's zu. Einer... Ja, ein Frosch, das wollte ich, das war mein Ziel. Ein Frosch, das ist klar. Oh my God, okay. Der eine wollte sogar noch kritten, weißt du was? Ja. Ich glaube, du musst die Rache einfach für den Froschen essen. Ich hab ne Idee, was ich tun werde. Ich hab so ne Idee, was ich tun werde. Hast du wirklich ne gute Idee? Ja, du, ich hab wirklich ne gute Idee. Und zwar, ich kann ja wieder meine Skills resetten, ne? Ja. Und jetzt werde ich zeigen, dass es nur an deinem Scheißschild liegt, dass ich die ganze Zeit verliere. Ah, das ist der größte Quatsch. Davor hast du auch immer gewonnen. Ja. Trotz meinem Schild. Endlich. Auch wenn ich selbst Schaden bekomme. Ach, denn nächste Runde ist irgendwie so vorbei. Naja, wie viel Leben hast du noch? Nicht unbedingt. Ich hab noch 132 Leben. Okay, wenn ich dich jetzt töte, dann könnte ich noch gewinnen, ne? Ja, wenn du mich jetzt... Wenn du mich jetzt töttest, könntest du noch gewinnen. Logik? Ja. So? Wenn du mich jetzt töttest, hast du sogar gewonnen, aber... Ja, okay. Ja, okay, das wird nichts. Ich hab noch ein Problem. Ja, das wird nichts. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, das war erst die erste Runde. Ich werde gleich meine Skills resetten und ich werde... So, bam. Ja, okay. Ins Maul. Okay, okay. Du schiebst immer alles auf das Schild. Ja, natürlich, weil das Schild... Nein, aber als du gewonnen hast, hast du es nicht mehr auf das Schild geschoben. Trotzdem ist das Schild unfair. Du hast doch total viel Crit. Du hast total viel Crit. Ja, okay, wie auch immer. Ich werde jetzt meine Sachen resetten. Warte, ich darf sieben Punkte behalten, oder? Äh, äh, sechs. Sechs Punkte darf ich behalten? Sechs Punkte darfst du behalten. Okay, dann... Ich weiß schon, was ich... Ich weiß schon, was ich gillen werde. Du wirst dir so denken... Äh, what? Bro. Was bringt eigentlich Luck am Ende? Hm, was war das? Luck? Dass man so welche Kisten bekommt, ne? Und diesen Enterhaken und so weiter. Ja, genau. Luck bringt sowas in der Art, genau. Das ist richtig. Okay, finde ich nicht so der Ver... Ich mag meinen aktuellen Skillbau. Ich brauche ihn nicht zu verändern, um dich zu ruinieren. Ja, das werden wir sehen. Oh mein Gott. Oh, du wirst wahrscheinlich auf Crit und auf Schild gehen. Du hast so... Du wirst so ein Problem haben. Warte, ich darf sechs behalten, ne? Ein noch. So, jetzt bist du dran. Du bist tot. Du bist so tot. Okay, zeig dir, wie tot ich bin. Du bist so tot, Alter. Ja, du bist tot. Also, ich bin noch lebendig. Und ich fühle mich ziemlich lebendig, um ehrlich zu sein. Ja, aber das wird nicht mehr lange der Fall sein. Sorry. Hi, Danny ist da. Was? Ja. Danny oder Danny? Beides. Oh, lol. Oh, shit. Okay. Ja, das wird nicht mal treffen, lol. Das war echt schlecht. Nee, das war schlecht. Das war ein schlechter Schuss. Oh mein Gott, nein. Oh, double damage. Okay, obwohl, warte mal kurz. Yo. Ja. Ich habe was Gutes. Was denn? Ha. Was denn? Wieso sollte ich dir das jetzt sagen? Ich weiß es nicht, weil wir Freunde sein sollen, oder? Okay, gute Waffe. Sind wir nicht Freunde? Sind wir nicht Freunde? Nein, das bin ich. Gut, 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 gut. Okay, das war ein double damage. Digga. Ja, ich habe doch gesagt. Aber das hat doch nichts mit dem Schuss zu tun, dass du gerade ein double damage vor dich bekommen hast. Natürlich. Oh, das war Respekt für dein Glück. Glück muss jeder mal haben, ne? Auch ein paar Loser, ne? Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel du. Wir sind voll toxisch jetzt ohne Scheiß. Okay, nimm das. Das trifft immer prozentig, das weiß ich. Das ist K-Bitbomben, ne? Ja. Wir sind so toxische Spieler. Das trifft natürlich. Es trifft. Aber, ja. Es geht. Es geht eigentlich. Ich meine, was erwartest du? By the way, schau dir mal mein Schild an. Schau dir mal dein Leben an. So, ähm. Ich habe dich ja auch erst einmal getroffen. Was soll ich tun? Warte, ich überlege gerade. Bist du überhaupt ein Gegner? Ne, irgendwie nicht, ne? Oh, süß. Lol. Oh, warte. Lol. Das war ein guter Schuss sogar. Alle vier Minions. Oh, guck mal. Aber die haben alle Crit-Lack. Guck mal. Hast du Luck geskillt, oder wieso kriegst du die ganze Zeit Double Damage? Hast du Luck geskillt, oder nicht? Nein, habe ich nicht. Ja, okay. Ja, ist doch so. Ja, schieß doch. Ja, mach ich jetzt auch. Hier. Oh, mit den Minions. Ja, du kriegst deine Waffe jetzt zurück. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Du hast es dir verdient. Das kann ich nicht überleben. Das ist halt das Ding. Ich meine, ich verändere kurz meine Skills. Aber du sagst, das war mit dem Schild abhängig. Aber das war gar nicht mit dem Schild abhängig, weil ich sowieso nur einmal getroffen habe. Ich ärgere dich doch nur die ganze Zeit, Alter. Verstehst du das denn nicht? Hä? Ich sage das doch nur so. Ich sage doch nur, dass es keinen Sinn ergibt am Ende. Ich habe dich noch einmal geärgert, die ganze Zeit schon. Ja, aber es hat doch gar keinen Sinn ergeben. Ja, natürlich hat es gar keinen Sinn ergeben. Ist doch okay. Hä? Ich hatte einfach nur Glück mit dem Double Damage. Ich habe nichts. Ich habe keine. Oh, die Waffen. Meine Waffen sind verdammt geil. Echt, den 1-1? Ja. Oh, meine Waffen sind scheiße. Sind die scheiße? Ich mag meine Waffen nicht. Oh. Ah, ah. Ich schieße. Oh, trifft dich das? Oh, ein Bounder. Nein, das trifft dich nicht. Oh nein. Doch, der trifft mich. Hä? Was redest du da? Doch, okay, alles gut. Puh, ich hatte schon. Ne, keine Sorge, ich hatte keine Panik. Alles gut. Alles gut. Keine Panik, keinen Stress, bitte keinen Stress. Alles gut. So. Oh, du hast ein Problem. Du hast ein Problem, mein Freund. Ich werde dich sowas von wrecken. Ich mag meine Waffen gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Oh, Bird, okay. Treffst du wahrscheinlich ehrlich. Ja, der trifft mich nicht. Einer wird treffen, der Kleine. Ja. Das war's auch. Du gehst immer für echt gut mittlerweile auswendig. Oh, schon wieder? Oh nein. Oh, gosh, nein. Oh, gosh. Sogar mit Double Damage. Ja. So, ich merke gerade das Spiel, weil ich mag dich einfach gar nicht mehr, habe ich das Gefühl, oder? Ja, ich merke einfach gerade. Heik, die Fresse. Das merkst du gerade? Ja. Läuft bei dir, mein Freund. Läuft bei dir. Traurig, aber wahr. Bam. Oh, nein. Warte mal kurz. War der zu kurz? Oh, nein, nein. Der wird treffen, der wird treffen. Der wird treffen, ja. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon so. 80 Schaden in meine Fräse. Ja, das war echt schmerzhaft. Also, mein Beileid auf jeden Fall. Aber solange ich so ausnehme wie du am Ende, ist alles gut eigentlich. Ja, zum Glück, ne? Ich meine, hallo, wenn du so aussehen würdest wie ich, dann... Oh, mein Gott. Dann würdest du das tun, oder? Würdest du das tun, oder nicht? Ich würde genau das tun. Oh, mein Gott. Leck mich am Arsch. Der Scheiß hat wehgetan. Yo. Ja, das glaub ich dir. Der kackert wirklich. Oh, mein Gott. Wie blöd war ich gerade? Ich weiß es nicht, ey. Oh, nein. Oh, nein. Da muss schon wirklich blöd sein. Also, ich hab kurz meine Skills geändert, aber auf einmal verändert sich alles. Alles. Ja, dann hast du plötzlich immer Double Damage vor dir. Ja, natürlich. Oh, du hast eine coole Waffe, oder? Was ist 2x230? Ich weiß es nicht, um ganz ehrlich zu sein, aber solange du kein Schild bekommst, bin ich komplett zufrieden. Warte mal. Das sieht aus wie eine 3D-Brille. Hast du eine? Was? Okay, sieht interessant aus. Okay, das war ehrlich... Ach so, 2x3D steht da und nicht 2x3... Äh... Ja, ja. Ich verstehe schon. Okay. 3x230. Ja, ja, du hast recht, auf jeden Fall. Du hast nie recht. Ach so, 3D. So, hier für dich noch einmal. Aber das wird viel Schaden machen, mein Freund. Das wird sehr viel Schaden machen an dir. Das wird Schaden machen? Ja. Ich bin tot. Tja, so funktioniert das. Wollen wir letzte Runde entscheidend machen? Ja, wir machen... Ich bin bereit. Weißt du, ich gewinne sowieso und deswegen spielt es eigentlich keine Rolle. Wir können letzte Runde entscheidend machen. Okay. Es ist vollkommen egal. Okay. Weil ich zu 100%ig weiß, dass ich gewinnen werde gegen dich. Du hast gar keine Chance, um ehrlich zu sein. Ich hab dir gesagt, beim letzten Mal, es lag wirklich nur daran, dass ich zu wenig Schild hatte und ich einfach... Ach so, und weil du mehr Schild hast, kriegst du mehr Double Damage. Genau, genau. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, auf jeden Fall hast du gute Waffen. Äh... Es geht. Nein, eigentlich nicht so. Okay, okay. Eigentlich nicht so. Double Bounder, nice. Double Bounder ist immer ein guter Starter. Okay. War in Ordnung. War in Ordnung. Hat gut in die Fresse gehauen. Hat gut in die Fresse. Genau, so kann man es sagen, auf jeden Fall. So. Wie soll ich... Ich weiß nicht, ob ich das treffen würde, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Aber ich glaube, ich muss es mit einer normalen Waffe riskieren. Nee, die sind ein bisschen zu schlecht, die Waffen. Ich brauch eine bessere Waffe. Ja. Nee, ich hab wirklich richtige Scheißwaffen, um ganz ehrlich zu sein. Dankeschön, ich auch. Also jetzt mal ehrlich so. So fühl ich mich auch gerade. Okay, ich mach einfach mal. Ich muss mal deine Route herausfinden. Okay. Das war fast meine Route? Das war fast deine Route, ja. Ich weiß jetzt ungefähr, was ich tun werde. Aber ich hab das Gefühl, diese Runde wird sich ein bisschen in Länge ziehen, weil meine Waffen sind wirklich nicht so gut. Meine Waffen sind auch nicht so gut. Aber? Ja. YOLO. Okay. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Warte mal, hast du YOLO gerade gesagt? Tut mir leid. Tut mir leid. In meinem Video... Du gehst auch noch an zu debben. Nein, nein, nein. Das kann ich mir nicht vorstellen bei dir. Obwohl, das haben wir heute im Auto. Egal. Aber was? Nein, was? Wegen? Wegen. It's raining, man. Ich meine, die Waffe hat auf jeden Fall Style, aber ist sie denn gut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Mit der Waffe wollte ich eigentlich nur was rausfinden. Ja. Wie die Fische. Was war deine Route? Ah, die Fische, okay. Oh, die Fische waren für Schaden. Du kannst dann großteils runterfallen, oder? Ja, das ist das Problem. Aha. Du bist gerade in einer Position, die ein bisschen schwer zu handeln ist. Also es ist wirklich schwer, dich zu treffen. Oh, nein. Alter, habe ich ein Glück. Ich habe ein extremes Glück, kann man nicht anders sagen. Puh. Oh, diese Waffe, okay. Hallelujah. Oh, die bounced so doll. Oh, mein Gott. Die bounced mehr als der Regen. Das war grausam. Abhol, warte, da können noch die kleinen Dinger... Ah, wenigstens 10 Schaden. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich, das war okay. Lieber 10 Schaden als kein Schaden. Das war in Ordnung. Ich gebe es zu. Oh. Oh. Das bekomme ich? 20 Amor. 25 Amor. Okay, damit gebe ich mich relativ zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nicht. Aber ich habe leider nicht die besten Waffen, um ganz ehrlich zu sein. Dankeschön, ich auch nicht. Ich glaube, das könnte ich aber treffen. Bitte, bitte, bitte. Das trifft sogar. Okay. Oh, das war so gut. Jetzt habe ich wieder mehr Lehmastung. Es war ein guter Schuss. Ja. Du kriegst keinen Respekt zwar, aber das war ein guter Schuss. Aber ich habe dir gesagt, alles wird sich ändern, sobald ich meine Skills ändere. Ich habe die ganze Zeit einfach... Was ändert sich denn gerade? Ich gewinne. Boom. Ich gewinne einfach die ganze Zeit. Was? Ja, ich gewinne die ganze Zeit. Was? Okay. Hier, Leute, wir beweisen es ihm, okay? Wir beweisen es ihm einfach, weil er glaubt mir nicht. Okay, wir beweisen es mir, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er treffen. Das ist das Problem. Er glaubt mir einfach nicht. Das ist das große Problem. Okay, 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 okay. Ja. Oh, du hast aber Damage. Willst du es nicht einsetzen? Kann ich nicht nehmen, kann ich nicht nehmen. Nicht? Probier es doch einfach mal. Vielleicht hast du ja Glück. Das brauchst du nämlich jetzt in deiner Momentanlage. Uh. Okay. Oh, scheiße. Okay, das... Oh. Respekt, Respekt. Autsch. Autsch, Respekt, wirklich. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das Ding ist, ich kann hier kaum noch aus der Position raus, aber das ist doch nur der... Au, der wird ja größer, ne? Ah, der ist jetzt. Ja, aber der ist voll scheiße, Alter. Aber man mal, du hast wie viel Leben? 18 Leben nur noch. Aber ich könnte dich jetzt töten. Oh, du könntest mich töten, genau. Das will ich sehen. Nein, kann ich nicht. Außer, ich habe natürlich extremes Krittlack. Oh, du hattest das wenigstens bekommen können. Krittlack, Krittlack. Treff erst mal. Dankeschön. Ich habe nicht mal getroffen. Oh mein Gott, das tut weh. Ja, die Frage ist, mit was soll ich es beenden? Am besten mit deinem kleinen... Okay. Wow, das piepst du raus. Wieso? Das piepst du raus. Wieso? Das piepst du raus, hast du gehört? Nein. Das piepst du raus. Machst du einen fetten Piep? Nein, 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 nein. Doch, das machst du. Nein, nein, nein. Komm schon, komm schon. Ich bin tot. Und, yes. Ich bin tot. Okay, was hast du gesagt? Letzter entscheidet? Letzter entscheidet, wer schwul ist. Ah, okay, verstehe. Alles klar, okay. Aber wie auch immer, es war ein gutes Spiel. Du musst dich jetzt auch noch freuen und schreien. Ja, ich habe gewonnen. Ich bin schwul. Das musst du jetzt schreien. Also, guck mal, du hast die erste Runde gewonnen, ne? Du musst... Hör mir zu. Ja. Du musst das jetzt schreien, weil wenn du jetzt sagst, nein, ich bin nicht schwul, wäre das homophob. Okay, das war's für das Video. Vergessen Sie zu bewerten und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.